Das Positive ist, es tut unglaublich weh, den Fuß zu tätowieren, normalerweise, aber hier hatte ich gar keine Schmerzen. Und ich habe mir sogar die Fußsohle tätowieren lassen, aber das muss man reparieren, das ist jetzt weg. Also mein Unfall ist mir ja passiert mit 20, das ist jetzt 13 Jahre her. Und bei uns auf dem Dorf war ich so die Einzige, der sowas passiert ist und die dann eben Prothesenträgerin war. Und bevor ich die Prothese bekommen habe, war es so, dass ich oftmals schockierte Blicke bekommen habe von Menschen, dass ich blöd angeschaut wurde, dass Fragen gestellt wurden, die grenzüberschreitend waren und die mich auch belastet haben. Und als ich dann die Prothese bekommen habe, hat für mich so ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Ich hatte dann wieder zwei Füße, ich war dann wieder fast so wie davor. Was würde ich einem Menschen raten, der gerade einen Unfall hatte und einen Körperteil verliert? Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, es gibt Hoffnung und das Leben kann wieder schön werden. Es dauert einfach, es braucht seine Zeit, aber man kommt wieder dahin und dann hat man wieder ein schönes Leben.